Musik Ja, am Ende werden wir dann zum Orakel schreiten. Wir haben jetzt hier zwei von unseren, was Bettina da zum Beispiel mit Hilla macht, das Zähneputzen, das hat nicht unbedingt den Zweck, dass die saubere Zähne brauchen, weil sie das von Natur aus haben, sondern einfach, dass wir wissen, okay, da ist was im Maul, was komisch sich anfühlt, was komisch ist und könnten dann auch einen Sachenabstrich oder sowas machen. Also Ronja daneben mit Sissi auch beherrschen würden, denn Sissi ist es gerade ein großes Anliegen, Sachen aus dem Wasser raus zu fischen, die nicht da reingehören. Und da kommt man natürlich unweigerlich auf dieses große Thema Umweltverschmutzung, Meeresverschmutzung mit Plastik, mit Geisternetzen, mit all diesen Sachen, die sehr gefährlich sind natürlich für die Tiere in freier Wildbahn. Wir haben hier natürlich die Ambition, Sachen aus dem Wasser zu holen, die wir zum einen als Beschäftigung reingeben, aber auch zum anderen Sachen, die den Besuchern ab und zu reinfällen, also so den Handys, sowas in der Richtung, kann eben so sehr zuverlässig rausgeholt werden, ohne dass die Robben das als Fremdkörper zu sehr zerspielen und dann sich auch wieder Verletzungen zukommen. Das heißt, das ist für uns ein ganz wichtiges Training. Also Hilla ist diejenige, die sehr, sehr gerne mit Bällen unterwegs ist. Das heißt, wenn wir die als Beschäftigung reingeben, hat sie immer sehr großes Interesse gehabt, was sie momentan unglaublich als Orakel eignen lässt. Und wir haben quasi jetzt hier die Ausaktoren zu weiß sagen, ob die deutsche Nationalmannschaft oder eben die Bravehearts gewinnt und vielleicht hat sie ja den richtigen Riecher. Wir zählen da alle drauf. Wir haben also zwei Bälle. Hilla wurde oder hat das quasi trainiert, dass sie mit beiden Flossen gleich spielen kann. Also das ist für uns auch immer eine große Überraschung, ob sie mit rechts oder mit links quasi den Ball bewegt. Das heißt, wir wissen auch nicht, können überhaupt nicht vorhersehen, welchen Ball sie auswählt. Und wir haben jetzt eben zwei Bälle, auf denen jeweils die Flagge des jeweiligen Landes zu sehen ist. Und ja, im Idealfall entscheidet sie sich quasi für den einen Ball, den sie dann ins Ohr kickt. Und wir gehen davon aus, dass das heißen soll, dass diese Mannschaft quasi den Sieg davontragen wird jetzt. Wenn wir mal schauen, noch ein bisschen hibbelig, das ist klar, vor so einem großen Spiel ist man aufgeregt. Das ist natürlich auch etwas, was unsere Robben nicht alltäglich machen. Das heißt, da sind natürlich so ein paar Nervositäten ganz normal. Und wir schauen jetzt mal, wie es beim Anpfiff dann ausgeht. Oh, Schottland war zuerst drin. Wenn das kein Zeichen ist. Also ich denke schon, dass das wunderbar war, aber die deutsche Mannschaft kullert so hinterher. Hat es nicht ganz über die Ziellinie geschafft, aber Anpfiff dann ausgeht. Oh, Schottland war zuerst drin. Wenn das kein Zeichen ist. Also ich denke schon, dass das wunderbar war, aber die deutsche Mannschaft kullert so hinterher. Hat es nicht ganz über die Ziellinie geschafft. Aber was weiß ich schon, was das bedeuten soll. Das Schöne bei Orakeln ist ja, man kann sie so und so auslegen. Aber der schottische Ball war zuerst im Tor. Deswegen würde ich sagen, Hillas Herz schlägt vielleicht doch in dem Moment etwas mehr für die schottische Mannschaft. Wir werden es sehen. Jetzt hat Hillas quasi diese Übung bestanden. Und jetzt kann sie Sachen machen, die richtig cool sind. Und ja, zählen als halb aquatische Tiere zu denjenigen, die während der Paarungs- und Geburtszeit der Jungtiere an Land sind. Aber sonst größtenteils im Wasser rumgurken. Und ja, das erklärt natürlich die Körperform. Das sieht man jetzt schön, wenn die Robben gerade liegen. Also das ist vorne spitz, hinten spitz und in der Mitte ist so ein bisschen Körper. Also sehr, sehr stromlinienförmig. Und so können die natürlich wunderbar ein unglaubliches entgegenkommen. Und diesen Spieltrieb, den nutzen wir auch ganz gerne eben, um so ein Spaßtraining zu machen, was jetzt Hillas machen wird. Also Hillas ist diejenige, die sehr, dass das wunderbar war. Aber die deutsche Mannschaft kullert so hinterher. Hat es nicht ganz über die Ziellinie geschafft. Aber was weiß ich schon, was das bedeuten soll. Das Schöne bei Orakeln ist ja, man kann sie so und so auslegen. Aber der schottische Ball war zuerst im Tor. Deswegen würde ich sagen, Hillas Herz schlägt vielleicht doch in dem Moment etwas mehr für die schottische Mannschaft. Wir werden es sehen. Jetzt hat Hilla quasi diese Übung gestanden. Und jetzt kann sie Sachen machen, die richtig cool sind. Also wir versuchen immer, die Trainingseinheiten, die wir hier haben, möglichst cool zu beenden. Also für die Robben sehr, sehr positiv. Das steigert deutlich den Enthusiasmus für das nächste Training, sodass wir da darauf bauen können, dass die Tiere wieder super cool mitmachen. Und Hilla sieht man jetzt da hinten, ist eine unglaubliche Wasserrate, die sehr, sehr gerne springt. Die wahnsinnig viele Sachen im Wasser auch von sich aus anbietet. Und da kann man sie wunderbar belohnen, indem man sie jetzt quasi hinterher ans Wasser schickt. Und sie kann da ein bisschen rumhucken und quasi... Ja, da kann man sie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020